so replikator oder das andere zuerst ich wäre erstmal für holz jungle wood ist immer gut und ich habe zu wenig jungle wood das ist nicht sehr gut jungle wood ist immer gut so erstmal noch einen tree trap und ich gehe dann gleich hier raus natürlich erstmal das ding weg und lauf wieso schießt du sie nicht ab sie hat es nicht verdient zu leben das weißt du ganz genau turtle und du schießt sie nicht ab du bist eine fehlkonstruktion im wahrsten Sinne des Wortes ja okay das war nicht witzig aber egal es war spinnen brauche ich jetzt gerade nicht boah ich habe 46 level schon okay das ist etwas viel merke ich gerade das dicke misin kommt da rein so reinforce stone was baue ich denn zuerst mf komm den baue ich zuerst dafür brauche ich 16 diamanten und ich habe nur 11 was mache ich jetzt dann brauche ich dafür wirklich 16 diamanten vier mal vier ja diamanten könnte ich scannen das wäre eine idee nein 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 obwohl ich brauche gar nicht ich brauche zwölf diamanten denn ich habe ja schon ein oder habe ich hier vielleicht noch irgendwas mit advanced nein okay das bedeutet die ganzen diamanten werden gemäcker so ist das da unten tief genug habe ich genug da drinnen ja eigentlich wollte ich jetzt was ganz folgendes machen aber ich merke dass ich mein schwert und mein spitzacken und ich habe keinen fackeln dabei aber egal so wir sind jetzt auch für gut schlecht und noch weiter runter eigentlich flieg hoch und macht das woanders ja wo ich sowieso schon tief genug bin da macht das mehr sinn so dafür brauche ich fackeln fackeln habe ich und essen ja und der rest wird einfach mal wieder alles hier rein gesteckt denn den kann ich während der zeit nicht gebrauchen und ich glaube wäre auch ziemlich schade wenn ich das verliere wofür ich jetzt die ganze zeit gekämpft habe so ja der bekommt natürlich etwas noch an futter damit der auch nicht einfach so läuft der läuft sowieso so hier muss ich auch noch was mitnehmen damit die auch nicht einfach so im leeren läuft das wäre schade und ab nach unten die bösen verzweigungen der geschichte da werden wir mal gescript meint nach diamanten gucken wir brauchen ja sowieso nur eine was willst du von mir komm gehen wir mal direkt gepflegt hier rein das ist doch perfekt oder auch nicht oder auch nicht da da nach weiter 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 schneller Ach, können wir nicht die Diamanten... Äh, wahrscheinlich zu spät jetzt. Schade. Da hätten wir die nicht einfach... So. Das ist zu weit oben. Hätten wir wahrscheinlich auch einfach abbauen können. So, hier kommen wir also nicht weit. Schade. Hier ist auch nichts, was wir gebrauchen können. Ja, Kohle aber. Wer braucht schon Kohle, ne? So, was ist, wenn wir hier entlang laufen? Das sieht doch schon viel... ...versprechender aus. Hoffe ich mal. Lauf, 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 lauf. Komm, gib mir Quarz, Quarz, Quarz. So, wie viel Zeit haben wir denn eigentlich noch? Äh, hallo? Drei Minuten. Okay. Gut, die drei Minuten kann ich hier auch unten verbringen. Also, es wird nichts mehr Spannendes passieren. Glaube ich zumindest. Weshalb auch. Auch. Weshalb sollte hier etwas Spannendes passieren. Boah, hab ich ein Herz, Kasper. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war ebenso klug, wie das Ding gerade eben. Einmal drüber springen und weiter gehen. Oh. Gut. Ich finde es sehr gut, dass ich meine... ...mein schönes Jetpack anhabe. Das wäre sonst ziemlich... ...ins Auge gegangen. Ich glaube, ich gehe mal eine Etage höher. Oder zwei. Hier könnte etwas mehr sein. Wer weiß. Ich hoffe mal, dass hier etwas mehr ist. Aber hier finde ich einfach nichts. Das ist sehr schade. Ja. Komm, weiterlaufen und abbauen. Ich habe zum Glück so eine geile Fackel. Äh, keine geile Fackel, sondern... ...erst mal was essen. So eine geile Spitzfacke, die einfach nicht kaputt geht. Egal, was man damit macht. Ich liebe sie einfach nur. So. Wellcraft. Hier. Diamanten. 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 Und Diamanten. Fünf Stück. Super. Auf und zurück. Sehr kluge Idee. Kann man immer gebrauchen. Kann man auch immer gebrauchen. Das weiß ich nicht, ob man das so gebrauchen kann. Egal. Ab nach oben. Hier unten hält uns nichts mehr. Und... Ja. Der Timer sagt... Die Uhr sagt... Die Uhr sagt... Es ist fertig. So, dann direkt mal... Oh, noch eine Etage höher. Ich weiß, ich bin eigentlich ziemlich verschwenderisch mit meinen Ressourcen hier. Oh. Wie wäre es, wenn ich oben mal was nachfülle. Ach, das geht gar nicht mehr weiter. So. Und... Hier wieder was aufnehme. Ich glaube, ich kann auch etwas wegwerfen. Und dann... Und so. Dann nehme ich noch was auf. Und dann... Ja. Dann würde ich sagen, reicht das... Für heute... Setzen wir uns hier vor. Und gucken... Wie schön das ganze Lumeta und so weiter so durchfließt. Und damit... Ich werde vielleicht Atomkraft bauen. Hilfe. Wünsche ich euch einen schönen Tag. Bei der 155. Folge von Minecraft Monsters. Hier auf dem Dosenloot-Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.